Ich fürchte, das hab ich zum Beginn einer Aufnahme schon öfter gesagt, doch ich glaube, dass ich mich erneut jetzt und hier darüber beklag, dass ich nicht weiß, warum ich hier sitz, warum ich nicht mach, was ich mag. Oh, das stimmt gar nicht genau, das ist es, es geht mir durch die Knochen und ich mag, es geht mir durch die Knochen und das mag. Und wenn ich dabei eine Kapuze auf hab, scheint es für euch besonders verwirrend. Piepel, darauf scheiße ich gerne. There you get it. Ich weiß auf jeden Fall nicht, was ist nun als nächstes meine Pflicht. Ablassen möchte ich nicht. Doch ich glaub, es ist der einzige Weg, wie eine Feder, die nur im Wind schwebt. Was ich freiwillig bisher gelebt, man mir nun als endgültigen Fluch auferlebt, bin nur die Feder, die so schwebt. Und auf den Windschuss, Windstoß wartet, wenn der kommt, dann bin ich ausgeliefert. Aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass der Wind mir kein Haar krämt. Ich bin ein Kind vom Wind, man soll aufpassen, was man sich wünscht. Es könnte wahr werden, vielleicht sind deine heutigen Beschwerden eigentlich erst die Sorgen deiner Zukunft. Trotzdem dankbar für jede Zusammenkunft. Die Welt ist rund und rund.